Also mich hat dazu bewegt, mein eigenes Bier zu brauen. Zum einen, dass ich 20 Jahre Berufserfahrung natürlich als Bierbrauer habe und auch meine Eltern natürlich viele Produkte selber produzieren, wie Marmelade, Liköre. Mein Vater macht seinen eigenen Schnaps, auch seinen eigenen Wein und deswegen fehlt jetzt tatsächlich nur noch Bier zum Abrunden und das ist genau meine Leidenschaft. Okay.